Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge um LS22 auf der Mont-Velarum. Hier darf unser Helfer wieder ein bisschen arbeiten. Kurz warten bis der wieder nach unten gefahren ist. Warte mal schnell in den Einstellungen gucken. Dann war das doch hier. Hier bleibt es neutral. Moment, diese Fruchtzerstörung ist an. Okay die ist an, das ist gut. Hat das auf jeden Fall mal nicht vom Testspielstand wieder übernommen. So. So. Können wir ihn endlich wieder abtanken. So. Jetzt passt es besser. So. 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 Ich wollte eigentlich den Tempomat erhöhen und schalten einfach aus. So, ich muss gleich ein Auto kommen. Schon durch, ok? Ja, hier kämpft er schon ordentlich. Na gut, sind halt auch 22 Kubik hinten dran, das darf man nicht vergessen. Und 22 Kubik Kartoffeln, die wiegen halt auch ein bisschen was. Ja. 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 da gerade nur Deko ist am Hof. Dann machen wir ihm nochmal die Breitreifen drauf. An der Werkstatt, dann holen wir den Gubber und letztes Fetz. Ich glaube, dass der Leer ist. Wenn mal wieder Leer ist, der Gute. Jetzt muss ich einfach wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Dann meldet sich nämlich dann 80%, dann weiß ich, ich kann wieder hin und abtanken. Uns kommt die Meldung jetzt immer früher und irgendwann sind wir dann mit der Abtankseite in der Frucht. Ja, in der Mission wäre es ja egal, weil wir da eh nicht diese Fruchtzerstörung aktiv sind in der Mission. Aber trotzdem, das ist nicht so ganz geil. Wie ist das jetzt beim anderen? Bei unserem Drescher jetzt, der Korntank fast voll. Mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwo, irgend bisschen was abtanken können. Oh, der wäre sogar gerade richtig. Wo wir jetzt machen. Wof, ich habe das Elbe. Hohe! Wof, ich habe das Elbe. Wof, ich habe das Elbe. Wenn ich dabei, schauen, wie ich jetzt die Gründe. Wof, ich habe das Elbe. In dem Moment nicht so gut. Jetzt war doch ein Verliger. Nach dem Schuss. Jetzt kann er hier dafür schön arbeiten. Leise rieselt das so. Da können wir den Anhänger nur zu 80% füllen, aber es ist besser wie nichts. Jetzt füllen wir das Sorkum schön rein. Jetzt Silo. Jetzt sind wir hier auf dem Feldweg. Wir haben ja gesagt, er kriegt dann noch die Breitreifen plus Gewichte wieder drauf. Ja, definitiv auch eine zweite Halle bauen, weil die ganzen Gerätschaften jetzt einander blockieren. Die Frage ist halt diesen Steinsammler. Den haben wir jetzt gekauft. Und der Ladewagen, der ist gekauft. Ob sich das nicht rentiert, diese zwei Sachen zu mieten, genauso wie im Flug. Ich denke mal, ich werde die drei Sachen wieder verkaufen. Dann haben wir nämlich auch wieder ein bisschen mehr Platz. Upsala. Moment. Jetzt waren wir natürlich zu Feld 15. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wo das ist. Ah ja. Ja, ja, ja. Ich weiß, wo ich hier muss. Ich meine, wir haben ja schon einen relativ großen Grupper. Ah, okay. Der Helfer mit dem Sorkum ist fertig. Der andere ist jetzt gleich bei 80 Prozent. Einen fast vollen Horn-Tank. Fangen wir mal ganz kurz hier hin. Weil er muss laufen, er muss laufen. Der Gute hier, dass wir den Auftrag abschließen können irgendwann. Der muss laufen einfach. So. Ja, du könntest dich mal ein bisschen schneller drehen. Das wäre sehr nett von dir, lieber Helfer. So. So. Mal ein bisschen. Ordentlich abkoppeln, was das noch hält. Und stören. Schöne, saftige Kartoffeln. Ja, eigentlich cool wäre es jetzt gewesen, wenn wir es zu Marison hätten liefern sollen. 34 Prozent. Das ist... Ja, ein Drittel. Ein Drittel haben wir jetzt. Das wird wahrscheinlich noch einen kleinen Teil für uns übrig bleiben. Dann kriegen wir auch noch mal ein bisschen Gewinn. So. Genau. So. 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 sie muss ja gekroppert werden aber gut meine freunde das gewesen für diese folge ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja das da oben da über ein abo würde ich mich auch sehr freuen wir sehen uns beim nächsten mal haut rein tschau tschau